Vagavad-Gita, Vers 32-35 O Govinda, was nützen uns ein Königreich, Glück oder selbst das Leben, wenn alle, für die wir dies begehren, auf dem Schlachtfeld aufgestellt sind? O Madhusudana, wenn Lehrer, Väter, Söhne, Großväter, Onkel, Mütterlicherseits, Schwieger, Väter, Enkel, Schwäger und alle Verwandten bereit sind, ihr Leben und ihre Besitztümer aufzugeben, warum sollte ich den Wunsch haben, sie zu töten, obwohl ich selbst vielleicht überlebe? O Janardana, Erhalte aller Lebewesen, ich bin nicht einmal bereit, um die drei Welten mit ihnen zu kämpfen, Geschweige denn um diese Erde Erklärung Arjuna sprach, schrie Krishna als Govinda an, weil Krishna für die Kühe und die Sinne das Objekt aller Freude ist. Indem er dieses bedeutungsvolle Wort gebrauchte, deutete Arjuna an, was seine Sinne zufriedenstellen würde. Obwohl es nicht die Aufgabe Govinders ist, unsere Sinne zu befriedigen, sind unsere Sinne dennoch von selbst zufrieden, wenn wir die Sinne Govinders zufriedenstellen. Auf der materiellen Ebene will jeder seine eigenen Sinne befriedigen und Gott soll die Lieferant für diese Befriedigung sein. Der Herr wird die Sinne der Lebewesen in dem Maße befriedigen, wie sie es verdienen, doch nicht in dem Maße, wie sie es begehren. Wenn man jedoch versucht, die Sinne Govinders zufriedenzustellen, ohne dabei nach eigener Sinnen Befriedigung zu streben, werden durch die Gnade Govinders alle Verlangen des Lebewesens befriedigt. Hier zeigt sich ein wenig von Arjunas tiefer Zuneigung für die Gemeinschaft und seine Familienmitglieder, da er natürliches Mitleid mit ihnen empfindet. Er ist daher nicht bereit zu kämpfen. Jeder will seinen Freunden und Verwandten seinen Reichtum zeigen. Aber Arjuna befürchtete, dass alle seine Verwandten und Freunde auf dem Schlachtfeld getötet würden und dass er deshalb nicht in der Lage wäre, nach dem Sieg seinen Reichtum mit ihnen zu teilen. Dies ist eine typische Denkweise des materiellen Lebens. Das transzentale Leben ist jedoch von ganz anderer Natur. Dein Gott Geweihte die Wünsche des Herrn erfüllen will, kann er, wenn der Herr es verlangt, alle Arten von Reichtümern für den Dienst des Herrn akzeptieren. Doch gegen den Willen des Herrn sollte er nicht einmal einen Pfennig annehmen. Arjuna wollte seine Verwandten nicht töten. Doch wenn es aus irgendeinem Grunde notwendig sein sollte, sie zu töten, wollte er, dass Krishna sie persönlich tötete. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass Krishna sie bereits getötet hatte, bevor sie auf das Schlachtfeld kamen und dass er nur ein Instrument Krishnas werden sollte. Diese Tatsache wird in den folgenden Kapiteln ausführlicher erklärt. Als wirklicher Gott Geweihte wollte sich Arjuna nicht an seinen ruchlosen Vättern und Brüdern rächen. Doch es war der Plan des Herrn, dass sie alle getötet werden sollten. Der Geweihte des Herrn riecht sich niemals an Übeltätern. Aber der Herr duldet kein Unrecht, dass seinem Geweihten von Übeltätern angetan wird. Der Herr kann jemanden, der gegen ihn selbst ein Vergehen begeht, jederzeit verzeihen. Doch vergibt er niemanden, der seinen Geweihten Leid zugefügt hat. Deshalb war der Herr entschlossen, die Schurken zu töten, obwohl Arjuna sie entschuldigen wollte. Untertitelung im Auftrag des ZDF,